Bist du teppert, was ist denn hin denn gefahren? Tor! Was ein Tor! Was ist denn das für ein Spieler? Unglaubliches Tor. Das muss ich mir nochmal anschauen. Alma Softic mit dem Ball auf Enes Tepicik. Der geht hier Richtung Strafe und dribbelt hier. Eins, zwei, drei Spieler aus. Den Tormann packt er auch noch mit ein. Bist du teppert, was ist denn hin denn gefahren? Jetzt geht er zurück. Ne, hat denn die Idee? Tor! Was ein Tor! Tor! Bist denn du teppert, das muss ich mir nochmal anschauen. Unglaublich, da haben sie jetzt Grund zu feiern. Das 2 zu 1 für Rapid 2. Was ist denn das für ein Spieler? Unglaubliches Tor. Geht hier nochmal zurück. Chip den Ball. Da kann der Tormann nur blöd reinschauen. No front. Chrisiiiii, das.